Moin, mein Name ist Niko der Profi und ich zeige euch heute, wie ihr in Arc Survival Evolved einen Pinguin bzw. Kairoku zähmen könnt. Wie immer fangen wir mit dem an, was wir brauchen und das ist heute folgendes. Wir brauchen Matten oder Prime Meat oder anderes Fleisch, Fisch, wie auch immer ihr den Pinguin zähmen wollt. Mit Matten und Prime Meat geht es auf jeden Fall am schnellsten. Notfallshalber auf jeden Fall ein bisschen Narkosemittel, das kann nie schaden. Wir brauchen einen kompletten Schneeanzug, damit wir da nicht erfrieren und wir brauchen auf jeden Fall eine Flinte und die dazugehörigen Pfeile. Denn es ist so, es gibt da Videos auf YouTube, die auch zeigen, dass man die mit einer Armbrust betäuben kann. Das funktioniert nicht mehr, die sterben. Ich blende euch das auch nochmal ein, welche Chance da besteht, dass sie eben sterben, wenn man sie anders betäubt. Und wir fliegen erstmal los. So, wir sind an dem Ort, an dem ich gerne eine Pinguin zähme und zwar zeige ich euch das nochmal auf der Karte. Hier unten sehen wir schon einige, die wir uns da gleich wegholen können und das sieht wie folgt aus. Wir sind immer noch auf Ragnarok und finden uns quasi hier bei Viking Bay, oben in dem ersten Schneebillion, was wir so erreichen können. Auf jeden Fall läuft das jetzt wie folgt, aber ich musste hier nochmal eben kurz was entfernen. Wir gucken uns mal, wir suchen uns mal ein Level raus hier, 100, das war eben 60. Hier mal Level 15, Level 90 und Level 55. Wir schießen einfach mal den Level 90er ab und versuchen ein paar Schüsse in den Kopf zu setzen. Der fällt dann auch relativ schnell. Ich greife nochmal eben meinen Agentaris hinterher. Dann weiß er nie, was hier ist. So, da liegt er schon. Ich mache jetzt folgendes, ich habe hier noch an meinem Agentaris das Matten drin und das nehme ich jetzt mal raus und packe das schon mal hier rein. Mit Matten lassen die sich am schnellsten zähmen, deswegen nehme ich das mal eben. Was ihr aber auch machen könnt, wenn ihr jetzt keine Matten zur Verfügung habt und Prime League nicht stacken könnt, weil ihr keine Mods habt oder auch PS4 spielt, macht ihr einfach folgendes. Ihr geht einfach zu den ganz Kleinen hier hin und tötet die. Was ein bisschen fies ist, das macht aber nichts. Und dann hackt ihr die kaputt und bekommt Prime Meat raus und damit könnt ihr dann die Erwachsenen Tiere zähmen. Das ist so ein bisschen der Kreislauf des Lebens, ne? Wir nehmen das von den Jungen und geben es den Alten, aber so könnt ihr die auf jeden Fall zähmen und habt direkt Prime Meat vor Ort. Das heißt, ihr müsst euch da gar keine Gedanken machen, wie bekomme ich jetzt Prime Meat und so weiter. Oder einfach die Baby-Pinguine tüten. Und am besten nicht hingucken, weil es ist natürlich gemein. Pinguine stehen hier bei mir bei Ark und der Naturschutz. Genauso wie Dödis, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe euch das ja eingeblendet, warum die sterben oder mit welcher Chance die sterben. Ich kann euch das mal kurz zeigen mit der Armbrust zum Beispiel. Stürbt halt, ne? Es ging früher auf jeden Fall mal, dass man die mit der Armbrust töten, äh, mit der Armbrust zähmen konnte. Aber es funktioniert nicht mehr. Ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ich habe auch gewartet und so weiter. Aber auch laut Dodo Dex ist einfach die Chance bei 100%, dass sie damit sterben. So, der Pinguin ist fertig. Ich nenne ihn mal Mampf, Fred. Ich fliege den schon mal nach Hause, aber ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch zu den Pinguinen sagen kann. Und zwar folgendes. Pinguine strahlen Wärme ab. Das heißt, je mehr ihr davon habt, desto wärmer wird euch dann auch im Schneebiom. Das heißt, ihr könntet mit Pinguinen, wenn ihr sie gezähmt habt, im Schneebiom überleben. Auch, wenn ihr keinen Schneeanzug habt. Und natürlich könnt ihr nicht nur euch selber dann entfernen. Sondern, wenn ihr Eier habt, die ihr ausbrüten wollt, könnt ihr auch Pinguinen daneben stellen. Das Ei wird ausgebürtet. Natürlich muss man immer gucken, je nach Temperatur, wie viele Pinguinen man braucht. Aber das funktioniert auf jeden Fall auch. Außerdem droppen Pinguine ein organisches Polymer. Das kann genutzt werden, um das andere Polymer zu ersetzen. Das ist 1 zu 1 gleichwertig. Und der größte Vorteil aller Zeiten von den Pinguinen ist auf jeden Fall, dass die Hüte tragen können. Und das zeige ich euch eben nochmal. So, also ihr müsst einfach dann ein Skin auf eure Kappe machen. Ihr könnt auch einfach die Kappe hier aufziehen. Zack. So sieht das dann aus hier. Bisschen. Naja, was soll ich dazu sagen. So ist es natürlich viel cooler mit dem Skelettkopf auf dem Kopf des Pinguines. Das ist auf jeden Fall so das, was Pinguine können. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben dalassen, wenn du mehr Videos davon sehen möchtest. Kannst du auch ganz gerne den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.